Hallo miteinander. Heute betrachten wir die sogenannte Anolfini-Hochzeit von Jan van Eyck. Los geht's! Das von Jan van Eyck 1434 erstellte Gemälde ist bekannt unter dem Titel die Anolfini-Hochzeit. Es wurde mit Ölfarben auf eine Holztafel gemalt und trägt die Maße 81,8 x 59,7 cm, ist also ein Hochformat. Ausgestellt ist es in der National Gallery in London. Es handelt sich hier um ein Doppelporträt eines Paares, wobei der meist angegebene Titel des Bildes die Vermutung offenlegt, es handele sich hier um eine Hochzeit. Das Bild konfrontiert uns mit zwei festlich gekleideten Personen, augenscheinlich einem Paar, die gemeinsam und einander zugewandt in einem Zimmer stehen, in das durch ein geöffnetes Fenster auf der linken Bildseite Tageslicht fällt. Beide stehen zentral im Bild und im Vordergrund. Der Mann hält mit seiner linken Hand die der Frau. Die rechte hat er zu einer bedeutungsvollen Geste in Richtung der Frau erhoben. Man stellt unweigerlich Vermutungen darüber an, was genau wir hier sehen könnten. Der Mann auf der linken Bildseite ist sehr dunkel gekleidet. Er trägt eine üppige und sehr schwer erscheinende, dunkle, purpur schimmernde Robe, die mit dunkelbraunem Pelz besetzt ist. Die Arme sind durch ein schwarzes Hemd bedeckt, das er darunter trägt. Auf dem Kopf sitzt ein großer, zylinderartiger Hut. Erst bei näherem Hinschauen bemerkt man, dass er keine Schuhe trägt, dafür aber dunkelblaue, feine Strümpfe. Der Mann steht sehr aufrecht. Sein Blick ist etwas unklar zu erkennen, da sein Gesicht zum Maler erhoben ist, er aber zur Seite hinschielt. Wahrscheinlich blickt er in Richtung der Frau. Sein rechter Arm ist angewinkelt, seine rechte Hand hat der Mann erhoben und zeigt damit eine Geste, deren Bedeutung unklar ist. In seiner linken Hand hält er die Hand der Frau. Genauer gesagt hat sie ihre geöffnete Hand mit der Handfläche nach oben in seine gelegt. Beide haben verhältnismäßig kleine, zarte Hände. Mit ihrer linken Hand hält die Frau Teile ihres opulenten Kleides fest und rafft dieses dadurch unter ihrer Brust etwas nach oben. Sie trägt ein moosgrünes Kleid mit großen, ebenfalls mit fellbesetzten, hellbraunen Ausschnitten für die Arme. Ihr Kleid trägt eine lange Schleppe, die auf dem Zimmerboden Falten schlägt. Die Ärmel des Kleides sind aufwendig verziert. Unter ihrem Kleid ist an den Armen und etwas an den Beinen ein hellblaues Unterkleid erkennbar. Ihr Haar ist bedeckt von einem weißen, zarten Schleier. Ihren Haaransatz hat sie sehr streng und weit nach hinten gebunden. Ihr Gesicht ist zum Mann gewendet und leicht nach unten geneigt. Sie blickt den Mann direkt an. Zu den Füßen der Frau steht ein kleiner, brauner Hund mit zotteligem Fell. Am linken Bildrand stehen ein paar Holzschuhe im Vordergrund. Wahrscheinlich die des Mannes, die er ausgezogen hat. Blicken wir etwas weiter in den Bildraum hinein, so entdecken wir auch die roten Schuhe der Frau. Mittig im Bild, am hinteren Ende des bunt gemusterten Teppichs. Beide tragen also ihre Schuhe nicht. Der Ausschnitt des Bildes ist durch eine Außenwand mit Fenster links im Bild und ein recht opulentes, rot bezogenes Bett rechts im Bild beschränkt. Dadurch wirkt der Raum etwas eng. Der Zimmerboden besteht aus Holzdielen, die nach hinten verlaufen. Auch die Decke ist aus Holz, genau wie der Fensterrahmen, eine unter dem Fenster und hinter dem Mann stehende Truhe, auf der übrigens Zitrusfrüchte liegen, das hinter der Frau erkennbare Bettgestell, das Gestell eines an der Rückwand stehenden Sitzmöbels mit rotem Überzug und ein mit Bildern verzehrter Rahmen eines Spiegels, der zentral an der Rückwand des Zimmers hängt. Schaut man sich den Spiegel genauer an, so lässt sich darin nicht nur die ganze Zimmersituation wiedererkennen, sondern auch, dass zwei weitere Personen im Raum stehen. Links neben dem Spiegel hängt eine Perlenkette an der Wand. Rechts neben dem Spiegel, am Gestell des Bettes, hängt ein Reisigbesen. Über dem Spiegel steht eine Inschrift auf der Zimmerrückwand. Knapp darüber, über den Köpfen des Paares, hängt ein goldener, schlichter Kronleuchter von der Decke. Bemerkenswerterweise brennt an ihm nur eine Kerze. Der Raum selbst ist in schlichtem Beige bis Braun gehalten. Während der Mann Kleidung in sehr zurückhaltenden und dunklen Farben trägt, ist die Bekleidung der Frau von kräftiger und auffallend leuchtender Farbigkeit. Die Kleidung der beiden trägt insgesamt wesentlich dazu bei, dass das Paar sehr wohlhabend wirkt. Das gesamte Bild ist extrem detailliert ausgearbeitet, bis hin zur Feinheit der Hände. Bei allen zu sehenden Details wirkt das Bild dennoch recht einfach und ruhig. Wir sehen eine feierliche Szene, die insgesamt sehr gestellt wirkt, aber auch harmonisch. Die Wirkung schwankt zwischen ruhig und ordentlich und angespannt und irgendwie auch betrübt. Das Bild ist emotional nicht einfach zu deuten, was erst einmal stark an der strengen Mimik der beiden Personen, aber auch an der Gesamtszene zu liegen scheint. Für mich wirkt das Dargestellte gerade erst einmal recht unklar. Der Raum wirkt sehr still und dadurch unangenehm. Das passt nicht zu der feierlichen Szenerie, die daher insgesamt widersprüchlich daherkommt. Es entsteht in der klaren Ordnung auch eine Spannung, die bei mir ein gewisses Unbehagen auslöst. In Rückbezug auf den angegebenen Titel des Bildes lässt sich vermuten, dass wir als Betrachtende einer Hochzeit beiwohnen. Das Paar wirkt sehr konzentriert, die Szene recht gestellt. Daher stellt sich die Frage, wie es tatsächlich um ihre Beziehung zueinander steht. Der Szene haftet etwas Künstliches an. Sie wirkt feierlich und gleichzeitig unwirklich. Wieso ist das so? Gehen wir dem Ganzen mal auf den Grund. Zeit für eine Analyse. Ihr seid jetzt schon gespannt, was sich hinter dieser feierlichen Fassade verbirgt? Ihr möchtet genaueres über die Komposition des Bildes erfahren? Dann schaut unbedingt das Video zur Analyse der Gestaltungsmittel. Um dieses und auch weitere Videos nicht zu verpassen, abonniert am besten meinen Kanal und aktiviert dort Glöckchen. Lasst mir am besten auch gleich noch einen Like da. Bis demnächst!